Also Wagenführer wollen Sie werden? Ja, aber selbstverständlich, da bin ich doch mein eigener Herr, nicht? Da stehe ich ganz allein auf der vorderen Plattform, nicht? In der rechten Hand habe ich die, da habe ich die, den Bremshebel, nicht? Und in der linken Hand habe ich die Fahrkurve, nicht? Und mit welcher Hand klinge ich? Aber klingeln, was tue ich doch mit dem Fuß, nicht? Also erst lese ich die Handbremse, nicht? Dann schalte ich die Geschwindigkeiten ein, Stufe eins, Stufe zwei, Stufe drei und schon ganz aus der Wagen hin und schon bin ich am Gürtel. Einen Moment, am Gürtel, da möchte ich ja einsteigen. Sie möchten einsteigen? Ach bitteschön, Herr Lehm, bitte. Kommen Sie nun. Näher. Kommen Sie noch näher. Ja, aber Herr Wagenführer, das geht doch nicht. Was? Die Frage ist, die schauen doch zu. Aber jetzt knapp vor der Endstation ist doch der ganze Waggon näher, ne? Und der schafft man? Der steht auf der rückwärtigen Plattform und dreht uns den Rücken zu. Warum dreht denn der uns den Rücken zu? Das ist doch ein Kollege von mir, ne? Der weiß doch, was sich schickt. Hallo, Herr Lehm. Haben Sie nicht Lust, mit mir zu fahren? In derselben Richtung? Bis zur Endstation? Bis zur Endstation. Danke. Vielen Dank.